Was machen Sie hier? Einen Hexenschuss bekommen, wenn ich so liegen bleiben muss. Slim, das ist Jess Harper. Wir hatten bereits das Vergnügen. Seid ihr womöglich Brüder? Viel Ähnlichkeit habt ihr beiden nicht gerade. Hey, 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 ganz ruhig. Oh. Oder, oder. Oh. Ich könnte einen wie Sie gut gebrauchen. Macht ihr um Slim mal keine Sorgen. Es wird ihm nichts zustoßen. Solange du keinem was verrätst. Ansonsten werde ich ihn töten. Allein wird er keine Chance haben. Bitte, Jess, vielleicht steckst du irgendwann auch mal in der Klemme. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Du hast hier ein Zuhause, solange du willst. Nicht wahr, Slim? Hier ist immer Platz für einen guten Stalljungen. Wir müssen sofort verschwinden. Dein Steckbrief wurde überall ausgehängt. Ganz ruhig, das wäre ja nicht das erste Mal. Ich wollte die Sache friedlich beilegen. Aber Sie hier zu sehen, zwingt mich, dich zurechtzustutzen. Was wollt ihr? Wir wollen mit eurem Besuch ein paar Geschäfte machen. Wenn du deinen Mund aufmachen solltest, werde ich dem ersten deiner Freunde, der das Haus verlässt, eine Kugel verpassen. Zeit fürs Abendessen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ZDF für funk, 2017 Musik Untertitelung des ZDF, 2020